Ich muss rausgehen. Ich muss lernen. Ich muss los. Ich muss gehen. Ich muss schlafen. Ich muss tanken. Ich muss lachen. Ich muss einkaufen. Ich muss aufhören. Ich muss abnehmen. Ich muss zurückgehen. Ich muss zurück. Ich muss duschen. Ich muss arbeiten. Ich muss weglaufen. Ich muss gewinnen. Ich muss siegen. Ich muss kotzen. Ich muss überlegen. Ich muss nachdenken. Ich muss hierbleiben. Ich muss trinken. Ich muss essen. Ich muss bleiben. Ich muss studieren. Ich muss weitermachen. Ich muss proben. Ich muss ausgehen. Ich muss rennen. Ich muss ablehnen. Ich muss warten. Ich muss absagen. Ich muss antworten. Ich muss reagieren. Ich muss helfen. Ich muss schwimmen. Ich muss kämpfen. Ich muss Medikamente nehmen. Ich muss jetzt gehen. Ich muss ihm helfen. Ich muss helfen. Ich muss helfen. Ich muss einen kaufen. Ich muss einkaufen gehen. Ich muss es finden. Ich muss Mutter helfen. Ich muss mich rasieren. Ich muss etwas tun. Ich muss darüber nachdenken. Ich muss Nein sagen. Ich muss dich verlassen. Ich muss verrückt sein. Ich muss mich beeilen. Ich muss hier raus. Ich muss sie untersuchen. Ich muss Japanisch lernen. Ich muss Frühstück machen. Ich muss sofort gehen. Ich muss es malen. Ich muss es reparieren. Ich muss Medizin einnehmen. Ich muss Milch kaufen. Ich muss dich zurückrufen. Ich muss etwas machen. Ich muss mich übergeben. Ich muss Mama warnen. Ich muss bald gehen. Ich muss mich verstecken. Ich muss ins Krankenhaus. Ich muss mich umziehen. Ich muss Stiefel tragen. Ich muss ihm danken. Ich muss sie erwarten. Ich muss ihn sprechen. Ich muss morgen arbeiten. Ich muss vorsichtiger sein. Ich muss langsam gehen. Ich muss ihn finden. Ich muss ihn finden. Ich muss sie sehen. Ich muss Französisch lernen. Ich muss Prioritäten setzen. Ich muss wirklich weg. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss operiert werden. Ich muss jetzt schlafen. Ich muss zur Arbeit. Ich muss zum Zahnarzt. Ich muss allein gehen. Ich muss ihn beeindrucken. Ich muss zweimal umsteigen. Ich muss mich bewegen. Ich muss Schuhe kaufen. Ich muss sicher gehen. Ich muss sicher sein. Ich muss Bücher schreiben. Ich muss mich schützen. Ich soll ihm helfen. Ich soll dich beschützen. Ich soll alles allein machen. Ich soll mich mit ihr treffen. Ich soll mich mit ihm treffen. Ich soll heute Abend die Kinder betreuen. Ich soll den ganzen Nachmittag hier sein. Du sagtest mir, ich solle herkommen. Tom sagte mir, ich solle fahren. Er sagte mir, ich solle langsamer sprechen. Er sagte, ich solle dort nicht schwimmen. Mir wurde gesagt, ich solle dir helfen. Mir wurde gesagt, ich solle etwas warten. Man sagte mir, ich solle dich kontaktieren. Mir wurde gesagt, ich solle besser aufpassen. Er hat angerufen. Ich solle öfter kommen. Er sagte mir, ich solle nicht rauchen. Mir wurde gesagt, ich solle heute hierher kommen. Mir wurde gesagt, ich solle euch helfen. Sie sagte, ich solle mit dem Rauchen aufhören. Meine Mutter sagte mir, ich solle mich benehmen. Mir wurde gesagt, ich solle zum Arzt gehen. Mein Fahrlehrer sagt, ich solle mehr Geduld haben. Der Arzt sagte mir, ich solle weniger essen. Meine Mutter sagte mir, ich solle nicht rausgehen. Er sagte mir, ich solle nicht zu anderen sein. Er sagte mir, ich solle ihn im Restaurant treffen. Mir wurde gesagt, ich solle Kontakt mit ihnen aufnehmen. Er sagte mir, ich solle nicht zu schnell fahren. Mein Arzt sagte mir, ich solle eine Woche daheim bleiben. Meine Frau sagte mir, ich solle diesen alten Hut wegwerfen. Mein Vater hat mir gesagt, ich solle mich gut ausruhen. Meine Mutter hat mir gesagt, ich solle mehr Gemüse essen. Der Doktor hat mir gesagt, ich solle mit dem Rauchen aufhören. Man sagte mir, ich solle mich mit dir in Verbindung setzen. Er sagte mir, ich solle es tun, also tat ich es. Tom hat mir gesagt, ich solle dich zu seiner Party einladen. Der Lehrer hat mir gesagt, ich solle meine Haare schneiden lassen. Du sollst schlafen. Du sollst mehr studieren. Du sollst nicht töten. Du sollst persönlich kommen. Du sollst härter arbeiten. Du sollst nicht sterben. Du sollst das sofort machen. Du sollst hier nicht schwimmen. Du sollst nur Englisch sprechen. Du sollst nach Hause zurückkehren. Du sollst im Bett liegen. Du sollst die Ferien genießen. Du sollst der Beste sein. Du sollst es niemandem sagen. Mama sagt, du sollst aufstehen. Du sollst deine Hausaufgaben jetzt machen. Du sollst immer dein Bestes geben. Du sollst nicht so spät aufbleiben. Du sollst bis halb drei hier bleiben. Du sollst heute das Land verlassen. Du sollst nicht mit vollem Mund sprechen. Du sollst im Klassensimmer keinen Lärm machen. Du sollst nicht über seine Fehler lachen. Du sollst nicht lesen während des Essens. Du sollst deine Waffe auf niemandem richten. Ich sagte, du sollst den Mund halten. Ich habe gesagt, du sollst dich hinsetzen. Du sollst Menschen nicht nach ihrem Aussehen beurteilen. Du sollst nicht reden, wenn der Lehrer spricht. Ich sage dir nur, du sollst darüber nachdenken. Du sollst ihn nicht auf so dumme Gedanken bringen. Dir wurde gesagt, du solltest auf dem Schiff bleiben. Ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht hierher kommen. Ich habe dir gesagt, du sollst mich nicht Tom nennen. Du sollst nicht zu schreien. Du sollst nur deutlich sprechen. Du sollst dein Leben geniessen, doch anderen das Ehre nicht vermissen. Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören, mich so zu nennen. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst in deinem Zimmer bleiben. Der Arzt hat gesagt, du sollst nicht an deinen Wunden kratzen. Deswegen habe ich dir gesagt, du sollst nicht mit dem Auto fahren. Ich habe dir doch gesagt, du sollst mich nicht auf der Arbeit anrufen. Sollen wir anfangen? Sollen wir beginnen? Sollen wir tanzen? Sollen wir bestellen? Sollen wir absagen? Sollen wir schwimmen gehen? Sollen wir zusammen gehen? Wohin sollen wir gehen? Was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Was sollen wir spielen? Sollen wir was trinken? Wem sollen wir glauben? Was sollen wir anziehen? Wann sollen wir essen? Sollen wir hier sitzen? Sollen wir eine Pause machen? Was sollen wir heute machen? Was sollen wir heute tun? Sollen wir auf dich warten? Sollen wir uns morgen treffen? Sollen wir eine Schneeballschlacht machen? Wo sollen wir uns treffen? Sollen wir zum Bahnhof gehen? Sollen wir ins Kino gehen? Was sollen wir damit machen? Was sollen wir damit anfangen? Sollen wir einen Krankenwagen rufen? Sollen wir ein Taxi nehmen? Wie sollen wir das machen? Was sollen wir jetzt tun? Wohin sollen wir zuerst hingehen? Wie sollen wir das tun? Sollen wir uns hier hinsetzen? Sollen wir dir dabei helfen? Sollen wir euch dabei helfen? Sollen wir ihnen dabei helfen? Wie sollen wir unsere Kinder erziehen? Wo sollen wir unser Zelt aufschlagen? Sollen wir dich nach Hause bringen? Sollen wir sie nach Hause bringen? Sollen wir einen kleinen Test machen? Sollen wir hier auf ihn warten? Sollen wir ein bisschen mehr Salz hinzufügen? Sollen wir zur Abwechslung mal essen gehen? Wie sollen wir mit dieser Sache umgehen? Wann und wo sollen wir uns treffen? Wie viel Trinkgeld sollen wir ihr geben? Wie sollen wir das den Kindern erklären? Was sollen wir mit diesem Geld kaufen? Was sollen wir deiner Meinung nach tun? Wie lange sollen wir denn noch warten? Hm. Wir fahren alle wissen!